Deswegen hatte der FDP-Parteitag in Frankfurt nur noch ein Ziel. Den Laden irgendwie, egal wie, auf Eurokurs bringen. Jetzt, sage ich Ihnen, ist ein Vorsitzender gefragt, der die Delegierten wachrüttelt. Eigentlich müsste die Stimmung bei den Menschen super sein. Ist sie aber nicht. Ja, und ich kann dir auch sagen, warum. Ist sie nicht. Und ich kann dir ganz genau sagen, warum, kleiner Philipp. Weil du jedes Mal, wenn du ein Mikro siehst, wieder in dein altes Hobby zurückfällst. Grottenschlechte Stand-Up-Comedy. Die Grünen sind die Politik gewordene Zone 30. Alles ausbremsen. Und sie werden wahrscheinlich auch demnächst die Fettsteuer einführen, und die Kollegen in Dänemark haben das tatsächlich getan. Kein Wunder, dass sich Sigmar Gabriel immer mehr von den Grünen distanziert hat. Es gibt Frutane, habe ich jetzt gelernt. Frutane essen nur natürlich gestorbenes Obst. Das dauert ein bisschen länger. So. So. Mal ein kleiner Tipp. Ein kleiner, kostenloser Tipp. Unter uns talentlosen Komikern. Wenn so lange keiner lacht, und wenn der Gag so lange braucht, dann war er meistens Kacke. Mein Gott, Rösler, find dich damit ab. Du bist FDP-Chef, und nicht Phipps Asmussen. Sorry.